Mit dir kann man, mit dir kann man Schmutz entfernen. Wie? Was heißt das? Nicht schlagen, okay? Nicht schlagen bitte, nicht schlagen, okay? Hier hast du deinen Scheiß. Hier gib mir die Sachen wieder, okay? Komm mal her, einmal was kalte. Ja? Äh, mach mal Relave dein Augen dazu, okay? Ich hab jetzt irgendwie auf meine Augen zugemacht. Jetzt geh mal da rein, also dein Block da. Und da sitzt jetzt Lama da oben. Wow, wow, wow. Das ist aber schon ziemlich gemein gewesen. Nein, weißt du, du hast ja hier gerade Lava platziert, ne? Du weißt schon, dass der Lava-Dampf jetzt nach oben steigt, gell? Snippe? So, Leute! Und Snippe ist auch gerade wieder da, ne? Also der war irgendwie vorhin weg, da der wollte irgendwie keinen Arm nehmen. Wie bitte? Ja? 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 Das ist aber auch nicht gut zu schreien, ne? In der Ruhe liegt die Kraft, hab ich ja doch schon mal gesagt. Hä? Was ist denn hier passiert? Es ist doch gut, dass es dann raus ist. Hä? Wer war das? Das ist doch mein Zimmer. Hä? Was ist denn du Pisser? Was ist denn hier passiert? Es ist doch gut, dass es dann raus ist. Wer war das? Hä? Hä? Dann lass das bitte! Was denn? Ja, mit den Griefen hier! Ich? Lass das! Ich hab gar nichts gemacht! Wieso hast du TNT? Einzig TNT und Feuer! Hä? Ich hatte gar kein TNT! Verpiss dich! Verpiss dich und verbrenn dich! Hä? Das geht gar nicht! Wieso willst du mich denn machen? Oh du bist denn wegen der bin ich jetzt gestorben! Hä? Ich bin auch gestorben. Halt die Fresse! Oh guck mal der siehst du den Frozen Return grade. Ja was ist denn? Der hat einen Ascala Skin. Ja der... Warum hast du keinen Ascala Skin? Ja der hat einen Ascala Skin. Weil es dumm ist! Weil es dumm ist! Ok Snippe! Hast du Pisser? Wenn du dir einen Ascala Skin machst, geb ich dir vier Düja Blöcke. Okay. Nee. Du gehst nur einen Stack der Diablo Blöcke. Nee. Mist ich kann... Hey doch! Du gehst nur einen Stack der Diablo Blöcke weil du meinen Base gegrieft hast. Ich hab den Base gar nicht gegrieft. Erfasst aber! Nein! Halt die Fresse! Ey wieso hast du den TNT in der Hand? Du bist voll der Griefer! Ich will dich dann töten gleich. Echt? Äh nee warte mal ich zeig dir gleich was. Komm mal eben einmal hoch. Ja. Aber du musst dann gleich dann auch... Okay. Kennst du noch? Wo du gesagt hast, ich sollte meinen Augen zu machen und dann weißt das. Dann bleib mal da stehen. Ne? Ich bleib doch nicht stehen. Komm mal her. Ich will dir was zeigen. Ich will dir auch gar was zeigen. Ich wollte aber dann dir Sachen gehen. Komm mal her. Ja. Komm mal hier hoch. Und du gehst in Game Mode Null weil sonst ist das Server gleich kaputt. Ja ich bin Game Mode Null die ganze Zeit. Komm mal hier hoch. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin schon oben. Du bist gar nicht hoch Malta! Nein ich ist dauer ein bisschen. Ich hab nicht mehr so schnelle Beine. Okay ich bin da. Wow was machst du denn? Wie sprengst du gerade deine ganze schöne Base in die Luft? Ja das ist ja nicht mein Base aber mach mal jetzt deine Augen zu. Okay? Okay ich hab Augen zu. Augen wirklich auch zu weil sonst? Ja ich hab sie zu. Ja ich hab sie wirklich zu. Jetzt mach. Ich zähl bis drei dann mach ich es wieder auf. Eins. Zwei. Hä was hast du getan? Naja das war die Rache ne? Oh Snippe. Irgendwann hat deine ganze Base gerade mit Lava zugefüllt. Hat mir gerade jemand geschrieben. Dann gar nicht. Doch deine ganze Base ist jetzt aus Lava. Hä? Hä? Ey aber der Kader ist nur Lava aber warte mal ich mach mal Slashchaum. Alter.